beenden ja großartig auch ich alles kein mensch auch alles kein mensch sehr gut weiter als der zweiten Mission wollte ich heute nicht kommen ist ja langweilig wenn ich mir mehr als eine Mission schaffe wo kommt die jetzt her wieso habe ich die jetzt was was wieso habe ich jetzt auf einmal 5 Einheiten was was verarsch ich das Spiel jetzt wieso habe ich jetzt 5 Einheiten zum Start spiele ich nicht mehr auf schwer was ich habe 5 Einheiten jetzt auf einmal was ist das wieso starte ich jetzt mit 5 Einheiten wo kommt die jetzt her die sind jetzt einfach da ok was auch immer das ergibt doch gar keinen Sinn ja dann scheiß auf Fahrzeuge ein paar Einheiten da gibt mir noch so ein Ding wieso habe ich jetzt 5 Start Einheiten ja gut ich habe jetzt einfach mal 5 Start Einheiten weil warum nicht ich verstehe es nicht aber ok ja wie nehme ich diese Kisten auf bitte schön ich kann sie nicht aufnehmen ich kann diese Kisten nicht aufnehmen geht nicht wieso kann ich diese Kisten nicht aufnehmen wenn sie da sind nein ich baue die falschen Einheiten ja aber wieso habe ich die jetzt als Start Einheiten die ich die ganze Zeit nicht dann wollen wir mal 5 Infantriereinheiten zum Start warum mache ich die vorher nicht ja toll jetzt ist es sehr Constructing ich meine die hatte ich bisher nicht die Einheiten habe ich nicht auf schwer gespielt habe ich jetzt auch so ein umgeschalten nee was ich habe doch nichts umgeschalten wieso immer noch das hast du noch nie gesagt und wieso zur Hölle habe ich 5 Infantriereinheiten jetzt zum Start wo kommen denn die jetzt auf einmal her ich nehme es mal komplett ein kostet ja auch nichts die hätten immer da sein sollen schön naja Sachen müssen ja nicht funktionieren funktionieren ist optional funktionierende Spiele sind optional wissen wir ja das ändert halt alles was soll der Scheiß so nehmen wir das mal ja nun wir das jetzt zurückerobern dann ist er auch wieder auf Schluss äh brauchen wir noch eine die richtige ja Constructing gut nehmen wir das wieder ein scheinbar nicht schwebe Raketenwerfer ja komm gib mir ja Raketenwerfer und mehr von den Buggys und alles ne die sind jetzt nicht wieder ein okay also die geben permanent Geld ja haben wir das richtig verstanden glaube ich davon jetzt zwei brauchen wir noch eine dritte toll das ist ja viel anders jetzt total ja toll wenn man schon Stadler hat dann ist es natürlich viel einfacher ja toll wenn man schon Stadler hat dann ist es natürlich viel einfacher okay jetzt noch ein Kraftwerk kann ich da kann ich da unbeschadet ungefährlichen Gebäude hinbauen oder kommen die dann angewalzt wahrscheinlich kommen die dann angewalzt ja ich baue erstmal noch so erst mal die Superwaffe bauen ja toll mit den Stadler hat dann ist es ja viel einfacher sagt mir auch keiner dass das Stadler nicht mehr halten sein sollen so weg mit dem scheiß aufpassen sie nicht wie wir auf eine andere Lüftung kommen ein sehr gut funktionierendes spiel verstehe verstehe ein sehr gut funktionierendes spiel also tolle sachen so ein bisschen mehr davon bauen ich brauche noch mehr Apropos mehr habe ich so werde ich das nicht bauen was fehlt mir denn noch ich glaube die Kaserne fehlt kann ich da unten unbeschadet Gebäude hinbauen wahrscheinlich nicht aber ne warte mal da muss ich eine neue Infanterie reinbauen das ist nix das wollte ich gerade schon wieder speichern aber das geht nicht ich habe keine Kohlen warum habe ich denn keine Kohlen weil ich nie Kohlen habe ich dachte ich bekomme permanent Geld von diesen Dingern ist gelogen der Fien hat mich schon wieder angelogen und wegen der Außenposten bringt permanent Geld ja da merke ich jetzt gar nichts von die geben dir ein Kredite diese Stunde wir geben dir ein Kredite diese Stunde oh ja komm schon ich muss die Dinger mal runter und habe ich da oben jetzt in der Ruhe ja was wollte ich machen richtig wieso muss ich dann erst eine Raffinerie bauen damit mir die Außenposten permanent Geld geben was ist das denn für ein Unsinn was nimmt man ein und dann geben sie dir unendlich Geld dass ich da jetzt eine Raffinerie bauen muss das gibt auch gar keinen Sinn so ich würde gerne den Punkt noch einnehmen ich weiß noch nicht wie weil ich jetzt keine Zugtruppen abziehen müsste aber ich habe gar keine Truppen ja auch kein Geld und jetzt gibt mir das permanent Geld oder ich verstehe es nicht es gibt auch keinen Sinn dass ich erst eine Raffinerie bauen muss ja toll das verarscht er mich auch noch die geben gar kein Geld ja toll ich hasse dich auch so wirst du nicht mal sterben so ist meine Infanterieinheit ja ich glaube Raketen Dinger sind es ich müsste auch noch irgendwie andere Einheiten bauen aber da liegt halt Geld ja toll macht man sich schon Hoffnungen aber nee es war nur wieder Delfine der einen angelogen hat also alles wie immer so kann ich die Erde eigentlich nichts ausrüsten das Problem ist der hat noch seine scheiß Superwaffe komm sag mal es geht schon los ja geil die mögen das gar nicht dass ich da unten was hingebaut hab nehmen die das jetzt wieder ein oder naja ich sehe schon das lohnt sich richtig da was hin ah toll ne sie gehen wieder okay okay da unten was hinzubauen lohnt sich gar nichts ich kann es nicht verteidigen so dass er in die Buggies deswegen sind sie weiter vorne viel weiter vorne schießt das Ding da mal weg ich hab mir eigentlich noch gar nichts gar nichts erstmal nee das ist das da Kommandozentrale die kann weg glaube ich die brauchen wir da nicht mehr so hier decke ich die Basis ja nicht auf also kann er mich mal hoffe ich noch mehr Chorretze er leckt mich doch egal mal weg mit dem ganzen Scheiß der hier rumsteht schön wie aktiv die immer nichts machen was ich hab ihre Basis nicht aufgedeckt ja wenn du die Basis aufdeckst ja und auch manchmal einfach so toll solange kämpft wird das Ding nicht und dann löst sich schon wieder mal eine halbe Streitmacht auf solange ich kämpfe das nicht eingenommen ich hab kein Geld da irgendwas zu reparieren toll ja schön und ich hab seine Basis immer noch nicht aufgedeckt wo fahrt ihr denn jetzt rum oh oh Gott ich schieße mal die Bombe ab ich hab kein Geld um die zu reparieren ich hab's ja schon ich hab's ja schon ich hab's ja in der Einheit rum natürlich ne pisst euch mal hier reifen die das Ding an? wahrscheinlich geile meine Infanterieinheit wurde gekillt super jetzt müsst ihr natürlich auch wieder irgendwie wegschicken euch reicht das ja so vier ich hab's ja einfach mal so ne Basis angreifen nein hier müsste vier sein vier geht mal dahin ihr seid zwei und drei bleibt mal da stehen so erst mal das Ding da noch einnehmen komm komm schießt die mal schnell weg auch noch ein paar mehr Einheiten ach jetzt komm hier permanent ja gut dass die nur dann kommen wenn ich ihre Basis aufdecke nicht irgendwie auch vorher schon einfach so oh wow die Performance ist auch grad im Keller ja ich hab hier andere Probleme nochmal weg die Scheiße hier und das hier erobern wir jetzt endlich mal was schießt die denn da noch? wenn wir das Ding endlich einnehmen? oh wow die Performance ist grad nicht mehr lustig äh warte mal nach da so jetzt gehört das mir ja hoffe ich hoffe ich ist noch irgendeine war da nicht noch einer? nein ok erstmal da rüber nein nein wieso ist er denn jetzt? ach eins gibt's noch ok alter die Performance ja klar wenn man hin und wieder mal die Einheiten bekommt die man bekommen soll und wenn dann auch alles richtig geht und man genau weiß was man tun muss ja dann ist es total easy äh wo ist denn seine Basis? lass mal reinschießen irgendwo ich hab nicht das Gefühl dass dieser Atombuff wirklich was macht groß also außer halt einschlagen und scheiße aussehen so Schnauze dahinten dann haltet sie doch auf oh ja mir doch egal mir jetzt auch egal ich hab das Team da hinten ne warte kann ich das abziehen? eher schwierig wenn wir die ganzen Dinger mal wegschießen jetzt endlich